So, ach du Scheiße, die Ergo ist ja richtig gut. Irgendwas. Oh mein Gott! Alter, da wird's hinter mir hell, wenn du... Junge, das kann nicht wahr sein. Höh, Metal? Fonds? Da! Link! Ich hab nur den Scheinwerfer gesehen, Alter. Beide tot. Ich hab jetzt nicht geblendet, oder was? Ja, ich hab die ganze Zeit nichts gesehen vor mir. Ich wollt die blenden, Alter. Wo ist das? Scheiße, der rennt da hinter dem Klohäuschen. Kannst du ihn da in der Bedouille halten? Ich renne links außen rum. Was hast du da ans Gap, oder was? Nein, Spieler! Ich hab ihn fast, du musst raschen, Mann. Ja, mach ich. Ich bin schon auf dem Weg. Ich bin tot. Einen hab ich gekriegt. Wie viele sind das denn? Zwei oder drei. Ich hab keine Ahnung. Das ist der Scaf nicht, nicht, nicht. Warum er schießt? Weil der Scaf ihn erschossen hat. Ach, echt? Ja. No way. So, hier. Siehst du das? Okay, bye. Ja, der Scaf hat ihm den finalen... Ja, der hat ja auch kassiert von mir. Ich konnte halt nicht sehen, wo die sind. Ich hab einfach bloß in die Richtung gesprayt. Ne, ich hab den anderen doch nicht. Hä? Hä? Aber der eine an der Tür ist doch tot. Ah, hat er sein Maid erschossen? Weil er das nicht gesehen hat? Durch das Licht? Das wär jetzt zu lustig, wenn das passiert ist. Guck mal danach, wer ihn getötet hat. Ja, sein Maid hat ihn gekriegt, weil er das nicht gesehen hat. Oh, Big Red mit Spawn. Der hinten kann gespawnt sein. Bei der Garagen. Direkt in der Mitte. Ruhig. Bei mir rennt was. Außen. Spieler. Das war ein Spieler. Aber der war Low Level. Ja, ja, ich weiß. Das tut mir ein bisschen leid. Level 16. Du hättest keine Lust mehr. Ja, komm wir aber Level 16, oder? Wir gönnen ihm mal seinen Loot. Schmeißen wir mal alles weg, dass die Scaf das nicht mitnehmen. Kommt bei mir. Hab einen Spieler. Zweiter, Zweiter, Leute. Ui. Ich hab keine Nails mitgenommen. Ui. Ich hab keine Nails mitgenommen. Ui. Versuche den Container von der anderen Seite. Habe ihn. Okay. Cool. Er wurde getroffen. Ich weiß nicht, wo er ist. Da. Robin. Ist tot. Das könnte gewesen sein. Easy. Ja, genau. Und gut, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Nein, Güte. Du brauchst Hilfe? Nee, nicht mehr. Ja, ich habe den Stein nicht getroffen und bin auf dem Sand gelandet. Wieder oben. Ja. Er kommt. Er kommt. Das war ein Skeff. Nee, nee. Er kommt. Er ist direkt vor mir. Der ist tot. Ich habe keinen Dings mehr. Ich habe keinen Kopf mehr. Nix. Aber sein Maid lebt noch. Nate, ich bin tot. Nicht. Der ist irgendwo Hexenhügel oder so, der Spieler. Ich habe keinen Kopf mehr und, also, ich habe noch Bauch und Brust. Nate, ich bin nicht tot. Ich habe auch keine Nades mehr. Die kamen von gerade, mittig. Der ist nicht tot. Nate, doch nicht. Schön. Ich muss mich aber klippen. Meine Beine wenigstens. Ja, ich werde gleich rennen, wenn ich hier fertig bin. Und dann wirst du, ich werde versuchen, ihn durch mein Movement ein bisschen zu verwirren, dass er vielleicht mir hinterher schießt, damit du ihn ausmachen kannst. Ich habe keinen Trinken mehr. Scheiße. Okay. Dann laufe ich. Okay. Ich glaube, der hängt irgendwo am Hexenhügel, der irgendwo ab und wartet. Ich komme jetzt hier von hinten ran. Also, du kannst nach links noch eine Nade schmeißen, ja. Hm. Hast du das gehört? Äh, nee, ihn nicht. Ist er das da? Da. Seht er? Ja, er war da. Hast du ihn tot? Weiß ich nicht. Ich habe voll auf ihn geschossen. Im Auto? Ist er tot? Ja. Ich habe gerade Energy Damage gekriegt. Habe ich zu spät gesehen. Ich habe gerade nach links oben geguckt und habe gesehen, scheiße, ich kriege jetzt wahrscheinlich gleich einen ersten Damage-Tick. Doch, ich habe einen Yusek. Ich habe den. Du hast ihn in den Rücken komplett erschossen. Ich habe bloß seinen Schatten gesehen. Ich wusste jetzt nicht, ist es ein fucking Busch oder ist er das? Jetzt passen wir erstmal auf, dass wir hier ein bisschen was wegsebeln. Nach hinten ab oder nach vorne? Okay. Scheiße. Racheala. Ja, ne? Ich höre was. Ich weiß nicht wo. Racheala, glaube ich. Auf der anderen Seite der Tür, der Band. Ja. Shit. Nicht bevor die Spieler da sind. Hinter uns kommt auch was. Jetzt sind wir natürlich in der Zange. Irgendwas schießt hierher. Ja, und einer ist vor mir hier. Äh, sieht der mich durch die Wand? Wer ist das da hinten? Das ist nicht ich, nicht ich, nicht ich, nicht ich. Oh, scheiße, die nehme ich jetzt in die Zange gleich. Einer tot. Am LKW habe ich ja nur geschossen. Ah, fuck. Am LKW. Ist der low. Nice. Ich glaube, es ist noch einer. Ich glaube, es ist noch einer. ak informing uns. Nichts, nichts. Zwisch. Fisch. Ichuch. Allesneffen. Allesneimende Schadetzer. Schif. 保f. Das ist schlecht. Schön. Wir wollen Visionen. Wir wollen unsere Schäuze was passiert hier irgendwas schießt genau auf dich in gefühlt ne handelt bei irgendjemandem die wand nicht oder so oder oben da ist noch eine mk18 irgendwo oder eine m700 ich werde schon wieder an mir offen wird in meine richtung geschossen dass er gerade meine licht ausgeschossen ich glaube da ist wieder so ein komischer der sich träumt oder pro ja na klar aber das war die m700 das muss nicht er gewesen sein die war rechts außen doch der war legit bin ich der meinung 910 survived kd ist auch okay der war es nicht also der war nicht derjenige der auf mich geschossen hat davor durch die wände das war irgendein anderer ja trotzdem ein paar habe ich geholt glaube ich drei schade am liebsten hätte ich natürlich alles gelootet und alle weggeknallt die da noch gekommen werden und Bis zum nächsten Mal.